Sie haben abgestimmt und hier ist Ihr Platz Nummer Zwei. Daniel und Staffen mit Herz an Herz. Ein lieber Schrei. Vielen, vielen Dank. Ich verstehe. Ich glaube, wir bleiben unter, wer euch für uns gewählt hat. Du und ich, das war mehr als nur ein Schwerer. Schon unser Blick verringt ein Herzgefühl, ich bin selten. Irgendwann kam die Nacht, die uns schweben links. Und wir hatten dies eigene Ziel. Herz an Herz ins Land der Sehnsucht und Träume, ich zeig dir den Weg ins Paradies. Ich schließe die Himmel auf und lade dich ein. Der sein Herz ins Land der Sehnsucht und Träume und nie mehr ein Blick zurück. Ich schließe die Himmel. Ich schließe die Himmel. Aber heute lass ich dir nie mehr allein. Diese Schüchchen vom Himmel halt mich uns fest. Ich schließe die Himmel. Ich schließe die Himmel. Ich schließe die Himmel. Wie zu Träume, ich zeig dir den Weg ins Paradies. Ich schließe die Himmel. Ich schließe die Himmel. Dieses Wunderland, das man Leben erhält, hält das Glück bereit, wie ein Geschenk, jawohl. Er hat sein Herz ins Land der Sehens und Träume, ich zeig dir den Weg ins Paradies. Ich schließ den Himmel auf und lad dich ein, Herz an Herz ins Land der Sehens und Träume und nie mehr ein Blick zurück. Ab heute lass ich dich nie mehr ein. Ich sag's ganz ehrlich, wir sind ja heute das zweite Mal hier in Elisabeth Zell. Letztes Mal hatten wir hier noch eine Tanzfläche, die ist heute weg, weil heute noch mehr Leute da sind. Ich glaub, das spricht für euren Erfolg und natürlich den von unserem Wirt. Wir freuen uns sehr, als wir wieder hergefahren sind, mein Bruder und ich, haben wir gesagt, ich glaub, das wird ein toller Abend. Egal wo wir landen, die Platzierungen von 1 bis irgendwo und dass wir heute wieder auf dem Treppe stehen. Und das freut uns ganz besonders, denn vor gut einer Woche haben wir mit, es ist eine liebe Kollegin, aber auch eine liebe Freundin mittlerweile, die Mara Kaiser heute vor einer Woche einen Auftritt gehabt. Wir haben sie zu unserer Veranstaltung eingeladen und sie fehlt quasi jetzt in der Mitte, so wär's wie letzte Woche gewesen. Und also es ist ein ganz, ganz toller Abend und eine ganz tolle Situation jetzt. Wir danken allen, die für uns gestimmt haben mit diesem schönen, ja, ein bisschen romantisches Lied. Herz, ein Herz. Vielen, vielen, vielen Dank. Die werden von Jahr zu Jahr schöner. Aber wenn es das Jahr der zweite Platz war, also der Vokal ist fast noch besser geworden. Wahnsinn. Der Schlagersterb. Die muss der Herr wieder abliefern, die brauchen wir für nächstes Jahr wieder. Ach so, schau. Na, jetzt, 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 jetzt. Sag das, sag das du mir ganz schön, du hast dir super gesagt. Wo bist du heute? An welchem Treppchen, oder wie hast du gesagt? Trepple. 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 Na, wir haben schon gesagt, weil, ihr beiden seid ja noch wirklich Erfolgsgarten, bei uns in der Hitparade, das seid ja mega erfolgreich, jedes Mal. Und ihr habt zweimal schon die Superhitparade gewonnen, heute Platz 2. Wir haben jetzt wirklich, als wir bei Rheinfurt haben, dieses Pokal, die ist fair ausgesucht, aber wir können die aber nicht jedes Mal gleich machen, weil dann wird's bei denen zu Hause langweilig. Also ein Jahr rot, ein Jahr grün und so weiter. Mal gucken, was noch kommt. Jetzt wird es klasse. Wir freuen uns sehr. Herzlichen Glückwunsch und ich hoffe, wir sehen uns bald schnell wieder. Schnell wieder. Danke. Daniel und Schäfer. Wir sehen uns wieder.